Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Community Commentary, WoW, BFA, PvP. Heute mit Mugiwara, hol die Strohhüte raus, liebe Leute, es geht Richtung Kriegssimmenschlucht, Horde, Hexenmeister und ganz besonders im Gegensatz zu meinem Replay, auch wenn ähnliche PvP-Trails hier gewählt wurden, mit dem Todesblitz. Das ist eine ganz interessante Fähigkeit und dürfte dieses Replay insgesamt abrunden und im Gegensatz zu meinem eigenen, zu meinem Eigengespielten so ein bisschen eine andere Seite des Dotlogs zeigen, denn, liebe Leute, wir haben eine Burstmöglichkeit. Ja, die gibt es. Geskillter Todesblitz heißt, das Ding pfeffern wir raus, hat, glaube ich, eine Abklingzeit von 40 bis 60 Sekunden und wenn er es trifft, dann verursacht das 30% des verbleibenden gesamten Dodger. Stellt euch vor, ihr habt eure Sehensplitter voll, pumpt das Teil, also den Gegner in dem Fall, mit instabilen Gebrechen voll, die Agonietics sind am Höhepunkt, dazu eine Verderbnis und dann das Ding. Alter, der hat richtig gar keinen Bock da drauf. Problem wird dann, wenn er auch Niederzauberschutz aktiv hat. Dementsprechend, Freunde, immer im Auge halten diesen schönen lila Blitz, der jetzt auch in der Mitte des Interfaces mit einer 20-sekündigen Abklingzeit belegt wurde. Ja, Interface an sich, während sich hier ganz intuitiv in den Zerg gestürzt wird und natürlich wird erstmal alles zugedottet, während jetzt auf den Heiler gegangen wird. Klar, schön mit Blutsauger werden da die Lebenszahlen runterticken, aber wir sehen schon, der hat schon reagiert. Baum des Lebens, Isla, spontanes Nachwachsen, blühendes Leben und Co. auf Nacken und auch das Team scheint zu reagieren, hat hier jetzt unseren Hexer erstmal rausgenommen, bevor da der nächste Todesblitz auf den Heiler hätte kommen können. Ja, Interface-mäßig mit Z-Prol, hier schön die entsprechenden Porträts bzw. Gesundheitsmana-Leisten und Co. eingerichtet und in der Mitte natürlich fette Aktionsleisten, ja, große Buff- und Debuff-Anzeigen muss man hier als Hexer natürlich im Blick haben. Jetzt ist er ja auch im Visier vom Shadow, da kommt noch ein Schrocke um der Ecke gesteppt, da jetzt rauszukommen, dürfte schwierig werden. Auch mit entsprechenden Dev-CDs, Gesundheitsstein mal reingezogen, jawohl, die nächsten Dev-CDs ja einfach mal mit Ruhe und Gelassenheit angeklickt. DH hat jetzt da nicht nur den Flaggenträger gestellt, sondern auch mit Einkerker und den Schrockenkurs aus dem Spiel genommen. Unser Hexer bleibt allerdings auf dem Shadow. Multi-Dots sind am Start. Frage ist, schafft er es da jetzt noch einen Todesblitz raufzurümmeln und sollte er das jetzt, vor allem ist ja auch eine Timingfrage, ne, da muss man echt gucken, tinken wirklich die Dots, vor allem das instabile Gebrechen, ist er jetzt nicht für seine lange Tickdauer bekannt, sodass sich das lohnt. Und er ist hier mit seinen spontanen Spells, jawohl, jetzt mal nur die weltlichen Ängste hinterhergepfeffert, so ein bisschen spontane Heilung selbst mit generiert. Und der Blutsauger darf da natürlich auch nicht fehlen, aber wir sehen schon, der Shadow, der kann sich natürlich auch gegenheilen, beziehungsweise Schaden negieren mit seinen Schäden, mit der Dispersion, damit kann man natürlich super gegen so einen Dot-Lock arbeiten. Ne, da dürfte er eigentlich keine Chance haben. Da kommt er definitiv nicht mehr raus. Ja, das war jetzt so eine Mischung aus Heilerfokus, ja, Multi-Dotte, natürlich Burstschaden mit dem Todesblitz generieren und nebenbei den Flag-Carry ein bisschen supporten. Das kann gut gehen, ja, muss es aber nicht, ne. Vor allem, wenn die Leute nach und nach umfallen in dieser Zerg-Situation und die Allianz immer weiter nachlegt. Nichtsdestotrotz hier an dieser Stelle schön die Fassung bewahrt, ne, schön durchaus, ja, nicht gepanickt, ja, sondern schön auf die Def-Sachen und so weiter konzentriert. Und er hat da schon wieder den Shadow gesehen, sucht aber gerade so ein bisschen, würde ich sagen, scheint er so ein bisschen den Heiler zu suchen. Vierter jetzt auch mal rein, ein bisschen CC ist da, um hier natürlich jetzt nicht unbedingt die Sehenschlitter auf die DDs zu wasten, die dann nur mit Heilungen natürlich wieder hochgezogen werden. So, die Sühne fliegt auch in Distil, haben sie jetzt auch am Start eigentlich ein gutes Positioning. Jetzt hier von der Horde, jetzt müssen nur alle auf den Heiler switchen und dann sollte das eigentlich kein Problem werden. Und wir sehen, das tun sie, der sucht da schon. Das Weite ist jetzt auch out of Range einiger seiner zu heilenden Ziele und muss natürlich auch schauen, dass er die Dots bei sich selbst im Auge behält, denn die ticken natürlich auch. Und das mit ordentlichen Schadenszahlen. Ja, die Allianz wird jetzt hier wunderbar zurückgedrängt, Def-CDs beim Hexer laufen. Der Dodo, wollte ich sagen, kann da jetzt noch hin und her springen, aber der dürfte jetzt langsam wirklich allem zugrunde gehen, was ihm da am Hintern hängt. Und wir sehen schon immer, das ist natürlich beim Dot-Lock super, du rennst rum und du dottest natürlich mit Spontanzaubern. Agonie, die Stack, die immer mehr Schaden verursacht. Schorken jetzt direkt intuitiv, Mandel der Schatten angeworfen, um da gar nichts davon abzubekommen. Wie lange das Ding auch hält, wie lange er sich da aus der Affäre ziehen will, aber auch sofort die Dots drauf. Bei Schorken sowieso ganz wichtig, hält die natürlich Infight. Wenn die dann verschwinden wollen, keinen Mandel der Schatten anhaben, holt der nächste Dot-Tick die natürlich auch wieder raus. Da sehen wir es gerade rechts, nichts mit dem schönen Engage. Nein, auch wenn der Hexer hier natürlich ihm auf den Sack geht und er nochmal rangehen will. Nope, keine Chance. Der Todesblitz, der kracht dann natürlich auch immer wieder noch schön zusätzlich in die Phrase, Freunde. Und das Tödliche daran ist ja, den siehst du ja nicht kommen. Du rechnest ja nicht fest damit, dass da jetzt gleich noch so ein Todesblitz reingeht. Bei dem Dot-Lock ist das Schöne, wie gesagt, spontane Dots. Na klar, damit rechnest du, dass wenn du da einem zu nahe kommst oder einfach in der Range von der Sata Verderbnis stehst, wenn die hochgehst, dann kriegst du halt Initialschaden und auch ein Dot drauf. Aber mit diesem Todesblitz rechnest du halt nicht. Es ist nochmal so ein kleiner, zusätzlicher, unberechenbarer Burst. Neben so Fähigkeiten wie dem 4, den der Hexer auch hat, den man nicht vergessen sollte, den ja auch immer wieder putzmunter zu benutzen scheint. Und jetzt hier natürlich wieder schön gemultidottet auf den Mage. Jetzt ist die Frage, was macht er, Mann? Gut gelaunt, ein Schattenfuror hinterher. Den Heiler leider nicht mehr erwischt er sich da schon wieder. Und jetzt im gefährlichen Positioning, nämlich näher, beziehungsweise nahe des Andi Friedhofs, schon wieder mit dem Baum des Lebens da am Leben hält. Und den müssen sie jetzt eigentlich, den müssen sie jetzt langsam umhauen. Wollte ich sagen, genau, Paladiner mit der Aschenwelle einfach beide getroffen, ne. Und schön zusammengefärscht. Freunde, als wären es hier die Stopflebergänze, ne, für den Weihnachtsbraten. Dann einwandfrei abgefrühstückt, die Kollegen, ne. Schön den Maisbrei einfach mal in das Maul dieses Druidenheilers gepumpt, Junge. So schnell kann es hier gehen mit der Horde. So, erste Flagge ist auch durch. Zweite sieht auch ganz gut aus. Sie schaffen es immer wieder, die Allis zurück zum Friedhof zu drängen, ohne dass da mit längerer Dauer auch irgendwie Gegenwehr kommen. Also frag mich nicht, was die Kollegen da genau machen. Aber irgendwie sollten sie ihre Taktik langsam mal ändern. Denn das wird ja auf jeden Fall vor allem eins, nämlich nicht wirklich besser. Ja, wir werden uns jetzt mal so ein bisschen auf den Todesblitz konzentrieren. Werden eben schauen, ob wir da mal eine Situation erwischen, wo wir echt predikten können, dass der jetzt kommen müsste. Da habe ich ja zugegebenermaßen auch ein bisschen weniger drauf geachtet. Weil es ist ja auch ein Flow. Wenn man damit spielt, wenn man da dran gewöhnt ist, dann denkt man da auch gar nicht groß drüber nach. Dann weiß man ganz genau, oh, hier schön in den Schattenfurohr geführt. Wunderbar. Gibt einem natürlich Zeitraum, um ein bisschen Abstand zu gewinnen, um eventuell das Ziel zu ändern. Oder auch den einen oder anderen Kasten, denn dort wie das instabile Gebrechen eben draufzusetzen. Er hat sich hier für ein bisschen lässiges Sidesteppen entschieden. Und macht jetzt hier der Katze trotzdem das Leben schwer. Aber sie dürfen jetzt nicht vergessen, dass sie immer noch eine Flagge brauchen. Dass sie in der Nähe des Friedhofs sind und dass da hinten auch der Heiler steht. Er sucht ja trotzdem gezielt den Fight mit der Katze. Wirft ja auch DevCD um DevCD an. Das war gerade ein Multipler Legspike, Freunde, in die Fratze aller. Weiß ich gar nicht, war das jetzt mein Windows, war das die Aufnahme? Das ist ja ganz tricky hier, ne? Meine Güte, die Technik wieder, Freunde. Ich raste auch, das kann natürlich passieren. Und jetzt wieder auf den Heiler. Und das macht er hier natürlich sehr gut, dass man hier direkt immer den Heiler sieht. Und auch sucht das Heiler-Eldern. Ja, das Heiler-Eldern, das ist für den Heiler schlecht. Aber uns zeigt es nämlich an, dass er einer ist. Healers have to die heißt das Ding, der markiert die Heiler mit diesen schönen Symbolen. Kann man auch einstellen, dass das einen Ton macht oder so, ne? Wenn man sich selber nicht zutraut, die Typen zu sehen, dann haut euch das auch noch ein paar Glöckchen um die Ohren. Dann muss es ganz klar so sagen, das ist so ein bisschen das Getze-Fuck-Out, ne? Im Heiler-Bereich, liebe Leute. Und wir sehen, die Dots ticken schadensmäßig. So ein Dot-Lock ist natürlich immer wunderbar, um ja auch Gesamtschaden zu generieren. Weil alles, was ihr drückt, macht eben Schaden. Die Schaden sind überwiegend spontan zauern, lassen sich demnach natürlich wunderbar über die Gegnerziele einfach spreaden. Ja, Todesblitz immer noch nicht wirklich eine Situation hier ergeben. Den muss man natürlich auch erstmal durchkriegen. Da muss natürlich auch genug draus sein. Und gerade so ein Schorken, ne? Wenn der das jetzt gesehen hat, der lauert natürlich auch mit seinem Mantel. Der Schreibt, da kommt auch eine Katze gutgelaunt vorbei, um hier so einen Kill zu schenken, ne? Das ist aber nett, Freunde. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Und da, zack, hinterhergezimmert, ne? Wunderbar und abgefrühstückt. Den Kollegen keine Chance da gesehen. Kein Licht für unsere Gegner bei der Allianz. Und wir sehen auch, wie wunderbar der hier Freecasten kann, ne? Und nicht nur er, auch die anderen. Gut, der Hunter da zum Beispiel hat jetzt ein Problem, aber ein Freecastener Hunter wäre mir persönlich auch neu, ne? Gerade wenn das ein BM ist, dann ist dem das relativ egal, ob da was jetzt vor oder hinter ihm rumspringt. Und hier, guckt euch das an, der hat hier volles, breites Feld auf den Heiler. Jetzt kommt der Decamer raus. Jetzt kommt der Decamer, aber das war eben auch der Einzige, der hier so ein bisschen mit antimagischer Hülle arbeitet. Jawohl, auch wenn er nicht im Target ist, ne? Die Übermotivation, die ist da. Die neigt natürlich damit auch so einen gut gelaunten Vier oder eben einen gewissen Stun, den man da zum Beispiel mit Schattenfurore eben ihm auferlegen könnte. Und wir sehen, er arbeitet da wirklich auch mit einem Grab Interrupt. Der hat eben mit Ersticken gearbeitet. Der Interrupted so. Also, der hat schon Bock hier. Der weiß genau, dass man den Hexer da nicht so stehen lassen darf. Hat vielleicht alleine nicht zwangsweise eine Chance gegen ihn, wenn er sowas wie antimagischer, eisige Winde, alles schon rausgehauen hat. Aber er gibt ihm alles wieder entsprechend gekickt. Ne, lässt gar nicht zu, dass da mehrere Dots auf ihm es schaffen, drauf zu bleiben. Aber unser Hexer versucht natürlich trotzdem nach vorne zu kommen. Jetzt die nächsten mit draufsehen, da ein Loadstealer. Und da wird natürlich spätestens gewechselt, um den Kill zu stehlen. Wunderbares Play hier vom DK. Das war mir ja gerade ganz, ganz wichtig, dass wir das auch mal sehen. Wie man als Einzelner wirklich das Gruppenpotenzial auch umlenken kann. Und als Einzelner auch wirklich so ein Hexer, so ein Freecast, so ein Heini auf den Sack gehen kann. Nichtsdestotrotz schön gespielt. Wir haben mal gesehen, das Potenzial bei einer anderen Skillung mit dem Todesblitz, wo man natürlich gerade, wenn man so einen, ja, starken Heiler im Gegnerteam hat, der da wirklich auch mit Baum des Lebens noch eine Weile stehen kann. Da ist es natürlich durchaus wichtig, auch mal so ein Asse im Ärmel zu haben und da wirklich mal eine direkte Stelle mit reinzuschmettern. Auch wenn es, glaube ich, wie es im Lehrbuch steht, nicht immer ganz so optimal geklappt hat. Von wegen erstmal alle Sehensplitter instabiles Gebrechen. Agonie drauf, Verderbnis, dann unser Wächter, unser Augebeschwörende, was nicht nur so Schaden macht, sondern auch die Dot-Seiten verlängert. Und dann das Ding in die Fresse. Das ist natürlich dann ein Lehrbuch-Player, das haben wir hier jetzt nicht so beobachten können, aber trotzdem Schaden ist da. Und am Ende nochmal eine schöne Aktion auch vom DK im Gegnerteam, die, meiner Meinung nach, hätte viel früher kommen müssen, weil Freecast, eine Caster, eine meiner Lieblingsformulierungen. Das funktioniert natürlich vor allem nur für einen Gut, nämlich den Caster selber. Bis dahin, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und zu schicken. Wir sehen uns im nächsten, wenn ihr wollt. Bis dahin, auch rein. Tschau-hos!